Och, das ist jetzt aber ein bisschen frustrierend. Ich wusste es doch. Wie soll das denn jetzt wieder gehen? Motus setzt sich zusammen aus. Wie soll ich jetzt hier den Motus herkriegen? Oder muss ich jetzt... Wie soll das denn gehen? Wie kriege ich jetzt Motus hier hin? Bewegung. Wenn es mal schnell gehen sollte, Professor Snape wird enttäuscht von mir sein. Zwei Sachen miteinander verbinden. Wie soll das denn gehen? Wie kriege ich das jetzt hier hin? Motus. Das ist Ordnung und Luft. Toll. Ich setze hier so ein R-Nehme und so ein Oro-Nehme, die einfach hier drunter stelle. Gucke was passiert. Da steht da gar nichts. Hm. Dann das nächste Problem. Wie kriege ich jetzt die Sachen da hin? Aber mit Aura-Not zu finden, ey, das ist ja auch eine Aufgabe für sich, ne? Ich hole mir doch mal was. Ich hole mir doch mal was. Ein Bonbon. Ich komme jetzt hier nicht weiter. Ich hole mir doch mal was. 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 das zu verbinden. Grübel, grübel, grübel. Grübel, grübel, grübel. Diese, hm. Was passiert, wenn ich in der Rettung verbrenne? Das Rettung geht mir, glaube ich, das meiste raus. Der Ballast Kohle, ach, ich weiß es auch nicht mehr. ich komme jetzt wieder nicht weiter es ist ätzend kommen wir irgendwie heute auch nicht auf keinen grünen zweig ich weiß auch nicht die augenots wenn man sie immer braucht hier in der jahr die auf jacht ich habe ja was mit zahnrädern drauf zahnrädern das andere der komische fisch bist du immer noch an der menschen ja ich habe zwei elemente nicht für den die tränke das ist doof aber ja das habe ich so getan das habe ich so getan das habe ich so getan Wie kam das denn her, keine Ahnung, pack das mal da hin. Ach komm her, ein neues Fass hier, dann gucken wir mal. Oh, in Minecraft, die Katze hat aber auch einen tollen Schnurrbart. Ja, das ist doch schön. Das ist alles gerettet, ne? Das ist alles schön ein Schnurrbartarm. Du weißt ja, ich mag ja Tiere mit dem Schnurrbart, ne? Hm. So, jetzt lassen wir mal hier mal deszellieren, mal gucken was passiert hier. So deszelliert jetzt hier irgendwas. Hm. Na, bin ich ja mal gespannt, ob du deinen Stroh-Rolem heute noch hinkriegst. Ne, ich krieg heute nicht mehr hin. Ich bin überlegen, wie ich ganzen Essenz da hinkriege. muss ja im Ziegel gemacht werden. Ich brauche Motos und Spiritus, die Bewegung. Da soll ich die Ziegel rein und was? Ja. Die Ziegel haben wir noch nicht oder? Oder doch? Klar mein, Tiegel. Aber ich habe die Elemente nicht, das ist mein Problem. Immer noch nicht. Ja. Komme ich jetzt auch mal nach Hause und setze mich an meinen Stroh-Rolem rein. Vielleicht krieg ich ja einen hin. Ja, du wirst auch keinen hinkriegen, weil wir die Elemente immer noch nicht haben. Ach, Süße. Ohne die Zutaten kannst du nichts machen. Und jetzt fehlen die Zutaten. Sonst hätte ich alles andere haben wir ja da. Jetzt fehlen nur zwei Zutaten. Was passiert hier mit einer Lore? Lore, Lore ist Bewegung und tiefer brennende Lore. Okay. Du hast eine hinkriegierte Essenz. dann arbeite du da mal da kommt das auch nicht raus damit krieg ich es auch nicht der metallung hatte ich nicht irgendwo das metallung gehabt war doch hier irgendwo da oben da oben ist vom räderwerk habe aber nicht das was ich gerne hätte das ist doch doof das metallung ist fertig die zahnräder waren da noch wo waren denn die zahnräder zahnräder waren voll nochmal ein neues gläschen wir sind da ja nicht so da soll er mal weiter arbeiten ja die essenzen also hier komme ich jetzt nicht weiter aber ich kann die glocke schon mal bauen die glocke des things bombs das kriege ich hin bonjour ach Monsieur Spinet ist wieder draußen muss ich mich schon wieder ärgerlich spinnen das gibt es aber gar nicht das wird auf der arkanen werkbank gepaart glocke des things bombs jetzt kommt der sauerstab oder habe ich ganz eine menge noch das ist gut jetzt die glocke des koni manden gemacht ja 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 das ist ein wissende buch hier das ist ein wissende buch hier hilft mir jetzt aber auch nicht weiter zum einfachen grund weil ich jetzt nicht der sache weiter komme ja ja ich bin mal im inventar kann es sich rausnehmen auch toll gut also das hört sich mal dann geht ja auch keine kuh ok ja kann man nicht was wir machen muss ja mal schlau machen wie ich diese essenzen herbekomme wie ich die bekomme das weiß nämlich jetzt auch nicht jetzt ist auch schon wieder nacht es ist ja ganz was tolles machen wir werden ernten verkehrt das braucht man ja immer wieder mal ja du mich auch die beißen wieder 33 von den bären 1 mehr als genug 4 4 5 Vielen Dank. menge weiterhelfen und auf motors oder nein hat er nicht okay gut alles klar hätte sein können 13 kristalle kristalliert ok irgendwo hier drinnen als kristalle Lass uns das jetzt mal rein hier. Weiß ich es nicht. Hier, frag mal Mr. Happy, der hat das Spiel aufgetreten. Vielleicht kann der uns helfen. Ich spiele etwas mit Motors. Ich frag mich, ich hab ihn jetzt mal gefragt, hier knurrt doch schon wieder irgendjemand. Der ist doch ganz in der Nähe hier. Aua. Wer bist du denn? Nicht nur Wolken zu drehen. Die Wolfspinne hier, wa? Oh, oh, oh. Da kann man so schnell die Schimmerplatte wieder hinfladen, dann krieg ich Ärger. Du meinst, Schimmerplatte ruiniert? Guck mal hin, du. Nein. Wo bist du? Mach das ja ordentlich hier. Mach ich doch immer. Au. Na, wenn es helle ist, kann ich jetzt endlich mal in den Garten gehen, würde ich sagen. Da hab ich mal ernten hier. Ja, in das Gärtchen, genau. Da hab ich einen Blumenstrauß, Mist. Kann man einen Blumen hier abgehauen. Wo kommt das Ding her? Was ist denn hier? Nein. Wo kann man das Ding jetzt her, hier? Der Blumenstrauß, hä? Bin ich jetzt blöd? Kann der Blumenstrauß jetzt her? Hä? Hier hab ich doch mich gerade geknüppelt. Okay. Ich geh von dann. Zack, Hammer. So. Bebe. kurke haben wir erbsen haben wir das haben wir immer kümmerlich machen wir brauchen kommen doch kommen doch kommen doch solle kurke passt die nacken zwiebeln sind gut wir machen luft das hier nice kurken erbsen erdbeeren habe ich hier eilbisch chili pfeffer mais davor wir auf dem großen markt eine melone noch nun kopf dass sie zum abendessen und er hat geschmeckt ja beintrauben beintrauben ist gut aubergine noch mal ein paar mitnehmen zum hilfeschweigen kann zuwärtspflanzen das ist ja gut ein bisschen Sensen mitnehmen zuwärtspflanzen so süßkartoffeln süßkartoffel auftauch können wir auch mal machen ich bin schon sonst irgendwas und besonders noch haben jetzt waren wir beide weg bohnenpflanzen mitnehmen Ich habe einen Wasserhunter. Ich habe einen Karten. Ah, ja. Vielen Dank.